ist denn es muss herzlich kommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal wir spielen heute auf dem maskalter.de Server Sky PvP währenddessen bin ich ein bisschen was am besprechen ihr wisst ja alles läuft wie geschmiert meine Leute letzte Zeit war es echt nicht so cool wie meine Videos kamen da kamen echt wenige Videos das lag an technischen Problemen einerseits einmal mein Mikrofon nicht dann hat das Aufnahmeprogramm gespackt jetzt bin ich gestern bis spät in den Abend gesessen und habe nach einer guten Kombination gesucht was man da machen kann für ein Aufnahmeprogramm und dann habe ich gefunden jetzt bin ich auch am aufnehmen mal gucken wie das wird ich hoffe ganz gut denn naja ich bin ja so ein bisschen skeptisch was sowas angeht also jetzt kann ich euch mit Glück und heiter präsentieren die Aufnahmezeiten was jetzt demnächst ansteht und 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 bitte verzeiht wenn die Videos ein bisschen später kommen erst am späten Nachmittag da ich mich erst in das neue Schnittprogramm Aufnahme Dings und Audio Dings einfühlen muss bis ich das draußen habe wird es doch noch ein zwei Tage dauern also bitte seid bin ich böse falls irgendwer ein Video etwas später als das andere kommt ich das mache ich nicht mit Absicht denn ja wie gesagt ich muss mich halt ein bisschen einfühlen so ich will auch gar nicht viel Quatsch nichts stelle ich jetzt einfach mal vor falls ihr irgendwas nicht in diesem System mögt dann möge ich mir das dann bitte unten in die Kommentare reinschreiben dann kann ich das lust und nach Laune noch mal verändern sag ich jetzt mal so also Nummer eins ist es kommt jeden Tag ein Video jeden Tag ein Video das ist fix wenn nicht zwei falls also ich sage jetzt mal zwei falls mal eins nicht kommt dann ist es unter Zeitmangel aber eins kommt auf jeden Fall jeden Tag das habe ich mir vorgenommen und das kriege ich hoffentlich auch alles hin aber es sollte ziemlich ja es sollte eigentlich machbar sein wenn jetzt ist auch schon fast Ende der Schule jetzt kriegen wir fast keine Hausjungen mehr ist alles hoffentlich machbar und ja wenn wirklich zwei kommen dann kommt eins am Vormittag und eins am Nachmittag Vormittag habe ich mir so vorgestellt dass ich einfach in der Früh dass ich einfach das Video hochlande und eingebe wann das Video hochkommen soll das wird dann ich weiß nicht welches Ding macht also Vormittag falls als ein Video fast ich ein Video sagen wir jetzt mal auf Lager haben dann kommt Vormittag auch eins als wie Nachmittag und da freue ich mich schon voll drauf nehmt greift ihr mich an ne also da freue ich mich schon voll drauf dass das jetzt alles hoffentlich gleich so funktioniert wie ich das will bis jetzt habe ich ja immer noch mit dem Kopfhärer Mikrofon meines Logitech Setzeit aufgenommen und mit Lolilo Game Recorder das war scheiße weil im Lolilo Game Recorder war das mein Mikrofon mein Standmikrofon einfach immer so leise das ist extremst scheiße gewesen das heißt das habe ich nicht benutzen können weil sonst hättet ihr mich mit der ganzen Musik gar nicht hören können das das wäre einfach nicht möglich gewesen aber jetzt habe ich mit jetzt nehme ich das ganze mit Audacity auf das heißt da kann ich auch einstellen wie laut ich sein soll und wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern bis ich mich da ein bisschen eingesprochen habe ich habe ja doch eine ziemlich leise Stimme aber ich hoffe das funktioniert alles so wie ich das will und ja das dazu also jeden Tag im Video was jetzt hoffentlich groß ansteht ist ein Projekt welches ich aber noch nicht verrate da ich noch nicht weiß also ich gebe es mal ganz ehrlich zu ich weiß noch nicht geplant hätte ich Hexid mal gucken ob das jetzt mit dem neuen Aufnahmeprogramm alles funktioniert aber ich gebe noch nicht bekannt wann es kommt ich gebe auch noch nicht bekannt was kommt es wird aber auf jeden Fall demnächst das heißt nicht morgen übermorgen sondern wenn es fertig ist ein Projekt kommen welcher Name das ist das werdet ihr irgendwie am Schluss irgendwann bekommen was weiß der Teufel ich weiß es doch nicht und mehr gibt es nicht zu sagen habe ich noch irgendwas zu sagen nee habe ich nicht mehr also ich habe nichts mehr zu sagen das war es grundsätzlich ich hoffe euch gefällt das neue Programm beziehungsweise es gibt mal bitte irgendwie ein Feedback über mein mein Klang meine Tonqualität würde mich auf jeden Fall mega freuen damit ich noch irgendwie irgendwas ändern kann falls irgendwie dies und dies nicht passt aber ich hoffe das funktioniert so wie es jetzt ist und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald im nächsten Video haut rein ciao